Hallo, heute wieder zu einem neuen Video. Und zwar habe ich von Brandnews eine Box zugeschickt bekommen. Ich kann euch die mal eben zeigen, die ist extrem schwer. Also ich weiß echt nicht, was da drin ist. Ich habe nämlich noch nicht reingeguckt. Das ist die hier. Woop. Ja, ihr konntet jetzt sehr viel sehen. Genau, ich erzähle euch jetzt erstmal was über Brandnews. Bei Brandnews gibt es verschiedene Abo-Boxen. Vielleicht wisst ihr, was eine Abo-Box ist. Und zwar ist es halt eine Box, die ihr abonnieren könnt. Und somit könnt ihr halt monatlich immer eine Box bekommen, wo halt verschiedene Sachen drin sind. Und bei Brandnews ist es halt so, dass da Lebensmittel drin sind. Und es gibt halt auch verschiedene Brandnews-Boxen. Dann gibt es die Goodnews-Box. Und die habe ich auch zugeschickt bekommen. Und zwar ist das eine etwas speziellere Box. Und zwar zahlt ihr da 14 Euro im Monat für. Und da sind halt ja auch Lebensmittel drin. Und allerdings ist das so, wenn ihr so eine Goodnews-Box bestellt, bekommt ein Kind eine Mahlzeit. Also das ist so, damit tut ihr halt noch was Gutes. Insgesamt haben die Lebensmittel in allen Boxen immer einen Warenwert von über 16 Euro. Genau, und wie gesagt, habe ich noch nicht reingeguckt. Das heißt, ich werde die jetzt öffnen. Und ich werde die Sachen auch probieren. Und ja, jetzt öffne ich erstmal die Box. Das erste, was ich hier sehe, ist ein Fruchtaufstrich Erdbeerapfel. Und genau, hier steht auch noch ohne Konservierungsstoffe für vegane Ernährung geeignet. Okay, also das ist der Saba Fruchtaufstrich. Und kostet original 1,99 Euro. Hier steht noch drin, dass der Zusatz von Zucker und Geliermittel auf ein Minimum reduziert wurde. Was ich hier noch gesehen habe, was ich auch ganz cool finde. Und zwar steht hier direkt daneben noch ein Rezept, was man damit machen kann. Hier steht das. Ja, also so sieht das geöffnet aus. Es ist halt ziemlich dunkel an sich. Und ich probiere jetzt einfach mal was. Das ist schon ziemlich süß, weil da steht ja, die haben versucht, Zucker zu reduzieren. Aber ich finde das echt lecker. Also kann ich nichts gegen sagen. Jetzt hole ich das nächste Produkt aus der Kiste raus. Das nächste, was ich hier sehe, ist Reno White. Und ich denke mal, jeder kennt Bueno, Bueno, ne? Ja, von euch. Leider kann ich das jetzt nicht probieren, weil ich habe eine Haselnussallergie. Und da sind Haselnüsse drin. Also da steht jetzt kein Preis bei. Ich denke mal, das kostet so viel wie das Originale. Also das Originale, wie das Normale. Das ist eine Limited Edition. Also diese White Edition. Die gibt es nur für kurze Zeit. Und hier steht, also das sind knusprige Waffeln, gefüllt mit feiner Milch-Haselnuss-Creme. Und werden durch den zartschmelzenden, weißen Schokoladenüberzug zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Okay, ja. Leider kann ich euch jetzt nicht sagen, wie ich das finde. Aber wenn ihr daran interessiert seid, dann könnt ihr euch das ja kaufen. Und ihr könnt mir ja mal sagen, wenn ihr das schon gegessen habt, wie ihr das findet. Okay, also weiter geht es mit Kaffee. Hier steht drauf, Kaffee des Jahres mit feinen Noten dunkler Schokolade. Also das hört sich echt gut an. Und zwar ist das eine Sondergröße. Das sind 100 Gramm und die kosten 1,15 Euro. Also weiter geht es mit Kinderpunsch von Hello Kitty. Ja, also genau, das ist Hello Kitty Kinderpunsch ohne Alkohol. Man kann nämlich auch angeben, ob man Alkohol mit in dem Paket haben möchte oder halt nicht. Das sind 750 Milliliter und der originale Punsch kostet 2,99 Euro. Das ist halt ein leckerer Mix aus Apfel, Erdbeere, Himbeere, Johannisbeer und Holunderbeeren-Saft. Verfeiert mit würzigen Aromen von Zitrone und Orange. Okay, das nächste, was ich hier habe, ist Rapskernöl. Genau, und zwar ist das halt für die, die gerne kochen. Rapskernöl Nussig Naturrein aus erster Kaltpressung. Das sind 500 Milliliter und die kostet 3,99 Euro. Verwendet werden ausschließlich Rapssaaten aus kontrolliertem deutschen Vertragsanbau. Dank der beiden Geschmacksrichtungen, Nussig und Milch, sind die Öle vielseitig in der warmen und kalten Küche einsetzbar. Weiter geht's mit dem kleinsten und zwar mit Tic Tac. Das ist Tic Tac Äpfel Mix. Diese kosten 69 Cent und das sind halt rote und grüne Äpfel. Und die werden auch dauerhaft im Handel sein. Aber das ist keine Limited Edition und ich probiere die jetzt mal. Die sind aber eher so fruchtig halt wie Apfel, ne? Und am Ende sind die auch noch was säuerlich. Ich mag eh so säuerliche Sachen. Also es schmeckt echt gut. Weiter geht's mit Keksen. Und zwar sind das diese Kekse hier. Die sind von McVT's oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und die sehen schon auf der Verpackung so ähnlich aus wie Prinzenrollen. Diese Kekse kosten 1,79 Euro. Das sind halt Beizenkekse mit Vollkorn und überraschend mit einer feinen Schokocreme Füllung. Mit einem Anteil von 15% Vollkornmehl sind sie eine gute und außerordentliche knusprige Ballaststoffquelle für zwischendurch und ebenfalls in der Sorte Vanille erhältlich. Die sind nämlich nur so groß, also oder so klein, wie man es sehen will. Und ja. Doch, also die schmecken schon gut. Allerdings könnte für mich jetzt persönlich der Keks dünner sein. Also an sich finde ich die gut. So, jetzt habe ich noch drei Sachen. Und zwar fange ich mal an mit Bezel. Und zwar veganer Bezel. Hier steht drauf Bezel rein pflanzlich, vegan mit Sonnenblumen, Raps und Leinöl. Das Original kostet 1,49 Euro. Es ist 100% frei von tierischem Bestandteil und somit ideal für die vegane Ernährung geeignet. So, und jetzt habe ich nur noch Getränke, also zwei Stück. Und zwar fangen wir mal hier mit an. Und zwar ist das ein Energy Drink. Das heißt Cube oder so. Kenne ich jetzt nicht. Vielleicht kennt das welche von euch. Aber wenn ich ehrlich bin, mag ich keine Energy Drinks. Also ich mag echt gar keine Energy Drinks. Ich finde, die sind immer so eklig süß. Und, ne. Cube Energy schmeckt nicht wie die meisten herkömmlichen Energy Drinks. Sondern ist fruchtig und erfrischend. Das Getränk ist für die vegane Ernährung geeignet. Besteht aus einer Kombination aus Koffein und Guarana und enthält weder Taurin noch künstliche Farb- oder Konservierungsstoffe. Oh, ne. Ne. Das ist nicht mein Geschmack. Also das ist wirklich extrem süß. Also es schmeckt eigentlich nur so nach Zucker oder irgendwas anderes Süßem halt. Also es ist jetzt nicht so meins. Aber ich bin halt auch nicht so der Energy Drink Typ. Ähm, es ist zwar irgendwie fruchtig, aber viel zu süß. Also, äh, als ich das jetzt gelesen habe, hätte ich gedacht, es schmeckt besser. Okay, es ist ja immerhin noch ein Energy Drinks. Aber wer Energy Drinks mag, dem könnte das schmecken. Aber mir schmeckt es nicht. Und zu guter Letzt habe ich jetzt noch ein Getränk. Und zwar, ähm, das hier. Also die originale Flasche kostet 89 Cent. Okay, also es ist halt so ein Produktgetränk aus Mango, Maracuja, Orange und Ananas. Das ist halt nicht so ein typischer Fruchtsaft. Das schmeckt einfach wie so Zuckerwasser mit, ähm, so einem leichten, ja, so einem leichten tropischen Geschmack, wenn man das so sagen kann. Auch nochmal vielen Dank an Brand News. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil das waren echt viele Produkte. Und auch, ähm, leckere Produkte. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und, ähm, wenn ihr euch mal so eine Brand News Box bestellen wollt, findet ihr den Link unten in der Infobox. Ich überlege mir auch nochmal so eine Box zu bestellen. Es war jetzt wirklich nur eine Sache dabei, die ich gar nicht mochte. Sonst waren, äh, alle Sachen eigentlich ganz gut. Okay, diesen Saft fand ich jetzt auch nicht so mega toll. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschö!